Wollt ihr weiterspielen? Die sehen uns aber nicht. Das ist cool. Oh, der Enderman kommt näher. Der soll ruhig herkommen. Der soll ruhig herkommen. Komm, komm her. Au. Scheiße. Kein Schwert mehr. Oh, Pfeile bekommen. Dad. Woah. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Ich hab ihn doch nur angeguckt. Der kommt schon her und will mich bumsen, ey. Na, kann man nix machen. Oh, schönes Klavierstückchen. Ja, ich guck dich an. Ich guck dich an. Hä? Was willst du denn, du? Hä? Hä, du kommst hier nicht rein. Der ist bloß zwei hoch und du brauchst drei, du wilder Wichser, hä? Jetzt guckst du blöd. Ist da noch einer? Da ist eine Spinne jetzt. Oh, er ist hundertprozentig irgendwo ein Spawner. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ist er alles tot? Nein. Er soll ruhig herkommen. Ich hab keine Angst vor dem. Naja. Ist er weg. Kann man auch nix machen. Da ist noch ein Creeper und ne Spinne. Da ist noch ne Spinne. Oder ist es die? Geh weg. Ich will dich nicht. Jetzt haben wir die... Die Erfahrungspunkte an. Schließt uns wieder eins. Verrottetes Fleisch brauchen wir nicht. Pfeile auch nicht. Knochen auch nicht. Faden auch nicht. Die Saplings im Moment auch nicht. Die... Nimm die Samen und die Setzlinge brauchen wir nicht. So. Der lässt sich hier mal drücken. Da ist noch ein Creeper. Oh, das ist der. Der ist es. Ja. Genau. Kohle. Geile Scheiße. Ja. Genau. Danke, lieber Creeper. Wegen dir haben wir jetzt Licht in der Bude. Schau, sind die auch zu was nütze. Die Creeper. Ui, da freue ich mich aber. Jetzt haben wir endlich Licht. Da ist richtig viel Kohle. Na ja, mehr brauchen wir im Moment nicht. Wie fürchte ich jetzt mal, wir wollen jetzt nur hier schön unser Häuschen erhellen. Gehen wir mal rein, bevor hier irgendwie herkommt. Dann machen wir so... Ja. Erste Fackeln. Sehr schön. sehr gut. Sehr gut. So. Hier machen wir das nicht. Das bauen wir ja ab. Ja. Und. Jetzt können wir sogar... Hier bauen wir noch einen. im hellen Graben. Frau Schaufel kaputt. Haben wir noch eine Steinschau. Jetzt brauchen wir noch eine Ebene. Geil. Scheiße. Scheiße. Da unten ist... Jetzt ist es schon wieder weg. Schade. Ich will die Ender Perle haben. Hm. Jetzt kommt... Oh. Jetzt wird es wieder hell. Schön. So. Die erste Nacht ist überstanden. Wir haben überlebt. Sehr gut. Boah. Hammergeile Aussicht. Geil. Wo? Ist jetzt irgendwo hergekommen? Wo bist du? Was? Wo bist du? Wie ist der? Das war auch nicht ich. Erschreck mich heute noch mehr. Ja. Ja. Sehr gut. Aber leider keine Ender Perle. Kann man jetzt machen. Jetzt brauchen wir schon eine Ebene. Dann wird das Ganze schon ganz anders aussehen. Ja. Sagt mal. Wie findet ihr es besser? Dass ich jetzt seit 30 Minuten aufnehme. Und dann sagt ihr. Pause. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Oder ich nehme länger auf. und lade sie dann so stückchenweise hoch. Schreibt einfach in die Kommentare was ihr besser findet. Das ist mit dem Stückchenweise hoch. Die Videos wären dann nicht so lang. Aber die könnten vielleicht öfter kommen. Hm. Falsch gebaut. So muss das sein. Ja. Sagt mir einfach. Würde mich interessieren was ihr besser findet. Hm. Stone. Nein. Das ist das gute Holz. Das darf nicht weg. Okay. Ah ne. Das ist die Axt. So. gleich sind wir fertig. Ich brauche mir ein paar Rohstoffe. Eisen. Die Kohle. Die wird auch nicht sehr groß sein wie wir gerade gefunden haben auf dem Creeper. Moment. Okay. Müssen wir mal schauen. Hier. Hier. Bam bam bam. Sieben Fackeln. Naja. So groß ist das dann. auch gleich. So viel ist das dann auch gleich. So. Jetzt holen wir uns die restliche Kohle. hier. War denn das. Hier. Jetzt haben wir gleich ein paar Erfahrungspunkte. Summ. 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 Ja. Level 4. Genau. Habt ich gehört. Da drin ist bestimmt ein Spawner hundertprozentig. Oh. Da oben ist auch Kohle. Ist da noch was? Nein. Es hat alles. Okay. So. 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 Ja. Aber noch nicht genug Setzlinge. Nein. Okay. Das blöde ist klar. Das muss man nicht immer mitnehmen. Dann aus. So. Ist den da bauen wir uns mal jetzt die restlichen Stöckchen. Ja. Bauen wir jetzt die Fackeln. So. Genau. Ah genau. Ok, dann das hier bauen wir auch mal schnell ab, ein bisschen Rasen mähen, das schaut schon richtig gut aus, das schaut der Berg schon richtig genial aus. Ein bisschen Erde, eine Kuh, brauchen wir eigentlich essen, sind wir eigentlich auf Peace, nein, Peace vor nicht, nein, kriegen wir keinen Hunger, das würde dich jetzt mal interessieren, gehen wir mal in den Dschungel und ein bisschen Holz wollen, ich weiß sie haben genug, aber das ist eine Kuh, töten wir jetzt mal schnell, so, dann ist das Kaka, ne, wo ist, ja, hier ist Kaka, das sind wir mal mit, ich finde, dauert ja nicht lange, oder warum vielleicht den ganzen Baum ab, machen wir gleich so, die Kühe, die flachen ja auch, sind sie, da, ja, den bauen wir noch ab, sagt, oh, fliegt da, das Holz entgegen, das ist gut, hier ist noch, das fällt ja immer runter, das ist nicht hoch, oh, Setzlinge, ja, also wie gesagt, die Plantagen brauchen wir dann später, wenn wir genug Setzlinge haben, dann brauchen wir das auch noch ab, genau, Feinchen, jetzt wo ich gesagt habe, ja, wann kriegen wir Hunger, auf einmal, wieder Hunger, aber jetzt haben wir ja ein bisschen Essen, ja, ein bisschen Essen haben wir, bereits, die Kuh, die Kuh, oh, da ist noch Holz, die Kuh, legen wir noch auf, Apfel, oh, Saplings, kann man immer gebrauchen, der stört nicht schon lang, blöde Baum, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt immer so leise bin oder so, unverständlich, weil, ja, es ist schon ein bisschen spät, ich habe auch jetzt jetzt rumgegangen, immer früh aufstehen, und ich bin noch ein bisschen erkältet, und tut mir leid, ja. aber ich mache das Beste draus, zum Beispiel mein Tee trinken, Steak, so, so, das haben wir, Kakaobohnen haben wir dazu bekommen, genau, dann Zappling, dann Tokenmold, Zapplings, und, genau, mal schön die Tür zumachen, genau, dann bauen wir noch irgendwo, da bauen wir so ein Anbau in unser Haus, ich glaube, so machen wir das, ja, komm, mach mal, ja, machen wir so, ja, genau, ich sehe schon von meinen Augen, hier ein bisschen das Gelände glätten, so, bauen wir hier noch das Fundament aus Erde, ja, vielleicht interessiert euch das, warum ich eigentlich mit dem letzten Plan angefangen habe, wir sind jetzt, so, ich glaube, jetzt sind es, ja, jetzt sind es dann bald zwei Monate, sind wir umgezogen, und, jetzt haben wir fünfmal schnelleres Internet, und dann habe ich mal so gedacht, ja, machst du was mit YouTube, weil zocken magst du ja, dann mach mal was mit YouTube, und Minecraft ist halt so ein einfaches Spiel, das kann eigentlich jeder spielen, und dann habe ich mir so gedacht, ja, machst du mal, machst du mal ein Let's Play über Minecraft, schaust, wie das ankommt, und, ja, ich hoffe, es kommt gut an, so machen wir hier, so einen Eingang zur Mine, das Glas kaputt machen, aber man ist gleich auch gleich kaputt, das Glas auch gleich kaputt, so, so, dann, ach, ah, ne, das lass mal, okay, dann die Fackel machen wir hier weg, dann bauen wir hier sowas, oh, jetzt wird's bald Nacht, nicht gut, na, vielleicht schaffen wir's noch, Fackel hier weg, genau, so groß sollte das sein, perfekt, bauen wir hier sowas, genau, so rum, so rum, so rum, so rum, dann steigen wir nochmal auf das Dach, ja, genau, ja, und zwar habe ich jetzt angefangen, jetzt müssen wir jetzt nicht nur Minecraft machen, ich bin gerade dabei, die Aufnahme von Need for Speed Pro Street zu machen, aber da gibt's diesen, ich weiß nicht, ob das ein Fug ist, aber, man fährt das erste normale Rennen, und dann stoppt das Spiel, und du willst auch weiter drücken, geht aber nicht mehr, fortfahren, es geht einfach nicht mehr, jetzt lade ich gerade den Patch runter, und da habe ich mir gedacht, ach, überbrücke ich mal die Zeit, mache ich mal wieder ein Minecraft Video, Ja, die Sonne geht wieder unter, wie so oft, bauen wir hier mal den Weg nach oben ab, ja, genau, ach, wir brauchen ein paar Fackeln, bestimmt, die Fackel brauchen wir nicht, eine Fackel an einem Ende reicht, die Fackel brauchen wir nicht, können wir hier und drüben, ach ja, wir haben ja genug Fackeln, oh, was bin ich denn mit einer, wir haben doch genug Fackeln, wieso muss ich sie sparen, okay, hätte ich mir gedacht, wir bauen uns hier so runter, eine Etage, dann bauen wir in die Richtung, und dann unter die Plattform, ja, genau, ach, bauen wir uns dann später ein Bett, wenn wir ein paar Schafe finden, ja, das machen wir, dann die Schaufel, kamen wir uns jetzt mit Treppen, oder mit einer Leiter, Leiter, glaube ich, ja, Leiter, ja, Leiter, machen wir Leiter, so, Leiter, wir haben ja genug Holz, ein bisschen Licht, war auch schön, jetzt haben wir ja so viele fucking, Ja, ich sehe gerade, der Download ist fertig, aber wir machen mal weiter, jetzt habe ich mal ein bisschen Lust, dann machen wir jetzt auch zu Ende, was wir hier vorhaben, genau, dann bauen wir uns, wie war das, bauen wir uns so eine Leiter, oder Leiter, und wie viel 1,2 wir sind, 1,2,3, 2,3, genau, da haben wir ein Stone, genau, äh, da müsste es hier reingehen, genau, äh, Moment, so, wo kommt da auch die Leiter hin, oder was da auch mit Treppen, ich weiß nicht, ich bin mir da ganz unschlüssig, wie wir das machen werden, aber wenn dann mit Holzleiter, äh, mit Holztreppen eigentlich, Tropenholztreppen, schaut das aus, mal ein paar Stecks voll von den Brettern, ach so, den Steck noch voll, schauen wir uns das mal an, wie das ausschaut, ja, die Treppen, die verbauen wir schon irgendwo, ganz schön viele Treppen, oder machen wir es, jetzt die Treppen da, dass eine Treppe runter geht, ah, verdammt, dann die nächste, verdammt, oh, verdammt, sind aber keine Treppen, ah, verdammt, ja, okay, ich trau mich nicht, doch, okay, so, die Treppe, ah, er schaut dann irgendwie bekloppt aus, glaube ich, glaube ich, oder, mal gucken, machen wir mal so, das ist falsch, das war so, oh, nee, ah, Gott, das ist auf jeden Fall falsch, das ist auch falsch, ah, das mag ich gar nicht, es schaut gut aus bei Deko, wenn die, wenn die Treppen schief sind, aber so, wenn man irgendwas bauen will, dann ist das ziemlich nervig, muss ich das da hinbauen, so, baue ich da, 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 oder vielleicht, vielleicht schaut das noch was aus, aber ich zähle immer zu viel für die, für die Treppen, ähm, ja, und dann kommt da der letzte, das heißt, hier die letzte Treppe so, oh, vielleicht, vielleicht, vielleicht schaut das noch was aus, gehe ich so runter, vielleicht, 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 mal gucken, machen wir mal so, hm, hm, vielleicht schaut das noch etwas aus, ich muss mal gucken, ja, die müssen wir noch irgendwie verzieren, ach, komm, geh mal nochmal, oh, 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 nee, nee, hier nicht, am besten nicht hier, da müssen wir ja, da müssen wir ja eigentlich hochspringen, das ist auch nicht so das Wahre, außer wir bauen uns das so rum, ich glaube so, dass wir uns hier sowas inbauen, also, ja, so, so, das, bis hier unten hier noch irgendwie ab, so, an die nicht so, sondern, ja, so, wir haben ja so viele Treppen, ja, das schaut schon aus, ganz weiß, hier aber auch immer, hier ist ja die Treppe, geht das, ja, ja, dann müssen wir nur von einer Seite hoch, da machen wir so ein kleines Treppenhaus, ja, ja, das wird schon, gut, dann gehen wir hier rein, in das Licht, bauen wir das hier ab, dann bauen wir zum Beispiel hier das Treppenhaus, so, und dann gehen wir in die Richtungen, ach, machen wir, ja, okay, machen wir das die erste, also die erste Kellerebene, dann, also, nicht in Gängen eingeteiltes, sondern, also, eine Fläche, eine große, das, da tun wir irgendwelche Schweine oder so, züchten, schöner, alles mögliche, oder oben, das muss ich mir nicht überlegen, tschuldige, tschuldige, oh, spinnsack, wir dürfen hier nicht so hoch bauen, das ist ja wieder Tag, das hampelt dann vor unserem Haus, ich würde sagen, das ist so unser Nachtprojekt, am Tag machen wir irgendwas draußen, suchen wir einen Spawner, was war das jetzt? ist da irgendwas ungehampelt, vielleicht unten, ja vielleicht unten, wir haben hier ein bisschen Erde abgeben, so, ein bisschen viel Erde hat sich schon angesammelt, zu wenig Stone bauen wir hier noch kurz weiter, damit wir wissen, wo wir stehen geblieben sind, dann gehen wir nach oben, wir fahren hier zwei rein Kohle, sehr gut, hat sich das doch gelohnt, jetzt hier rein zu holen, so, ein bisschen Licht, oh, das war, das war gar nicht, hier ist Licht ja, jetzt die Kohle abbauen, dann können wir vielleicht mit der Kohle irgendwas zu essen kochen, wäre nicht so verkehrt ja, ja, wäre nicht so verkehrt tja, oh, viel Kohle, ist aber auch gut, Kohle kann man auch immer brauchen genauso wie Erde und Kekse Deja Vue was ist das? Ah, so den Eingangsbereich machen wir mal so zwei, damit wir einen Rückzugsort haben, wenn ein Enderman hierherkommt ja ein bisschen kies das kiesbaum auch noch ab dann können wir irgendwas nicht gut okay gehen wir mal nach oben und schauen was oben so abgeht das dick ist bauen falsch also kies denk halt mit so dann bauen wir so eine von den so eine von den das ist ja mit selbstverständlich keine türen anscheinend schon anscheinend schon okay genau das da bauen wir noch weg und solange wie ich hier draußen sind kann sich eigentlich schon das essen machen das heißt das hier das haben wir nichts da die paar kühlschlachten hier im fall ist wahrscheinlich das geld krepiert hier dem bauern und viel schweine irgends schweinsporner nein ich schweine es war das ist wirklich kühl kuhsporner na klar meine ich das schlachten wir die mal klein hier ist auch ein skelett krepiert was zu essen ich glaube da generiert irgendwas cooles das wird mal was cooles und hier ist ein zombie krepiert krepiert jeder irgendwo wo er will ohne plan wo er krepiert wer oder was krepiert hier da ist noch cool der linie mit selbstverständlich die sind 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 so ja schaut ganz gut aus was hier so ist nix ja okay wenn ihr nix ist dann lass es nix bleiben sag ich mal so hoch und wieder runter super hat sich das gelohnt gehen wir da wieder hoch das brauchen wir auch zu irgendwann fallen wir da runter das weiß wenn man das nicht zu bauen dann fallen wir dann irgendwann auf bereits aus ja selbst links genau ziemlich schnell runter gekommen glaube ich mal hier ist noch kohle hier ist wieder dunkel wie schaut denn das aus achso das ist unser häuschen achso ich wollte ja noch ein Wachtturm bauen genau das könnte dann so unser nacht projekt werden am tag wenn wir jetzt eigentlich noch nichts ausgebaut haben können wir eigentlich nicht viel machen sage ich jetzt mal so so leder haben wir bekommen genau das essen ja ja sicher dann stecken wir hier rein das verrottete fleisch und ein apfel pfeile pfeile für später bogen so schaut ganz gut aus aber dann nach oben jetzt muss man wirklich eine leiter bauen bauen wir das mal hier zusammen kommen wir dann hier raus dann müssen wir hier außen rum etwas aufbauen jetzt lass mal weg genau dann komme ich hier hoch auch ja sehr sehr genial sehr genial sehr genial ich hätte gesagt hoch über den wolken werden wir leben komme ich hier hoch und ah haben wir noch haben wir noch zwei hoch so viel ah jetzt habe ich den Eingang blockiert genau geh weg Wolke geh weg soll ich dich abbauen knapp 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 futtern das war knapp das war richtig richtig knapp genau ja das war wirklich wir können jetzt hier die leiter bauen wirklich fallen wir nicht hin runter nein diesmal bleiben wir stehen erde tropenholzblätter genau dann bauen wir einmal hier außen rum machen wir machen wir einmal noch so eichenholz taubenholz so ausfüllen fallen gelassen und dann nach oben bauen wir so ein ja so einen anderen Turm wird dann später glowstone heißt es ja so steine die leuchten oder ewig brennen so als markierpunkt wenn wir uns verirren sollten das hoffentlich nie eintritt wird dann bauen wir das schnell ab zack zack genau dann bauen wir fenster rum um genau das brauchen wir später runter geht's bauen wir jetzt die fenster ich bin ja unschlüssig Futter ach haben wir noch was in den Ofen Futter kann man eh genug haben zum 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 gebrasene schweinefleisch als Futter die kann man da wegpacken das packen wir da hin das essen nicht hier hin Treppen brauchen wir im Moment dann getrunken wir das Futter genau das passt was sieht denn außen ab nix mhm dunkle so schon besser geil mhm 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 m also das kleine balkon so so ist es in der mitte ja das kleine balkon dann ist das noch einmal verlängern aber wieder keine tropenholz mehr das geht aber schnell die produktion mit dem trockenholz gesagt wir brauchen richtig viel holz das wird auch so durch das ganze spiel und verlängern der sattel wieder mal ja da schaut schon mal was aus das schaut schon mal was aus man kann es noch nicht erkennen aber schaut schon nach was aus so 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 wie viel ist es 3 4 4 1 2 3 4 passt auf die seite auch noch das grundgerüst für unseren wachtturm erschaffen 1 2 3 4 passt perfekt wäre nicht er passt noch nicht so so und so und so wieder keine eichwaltbritte ich pack's nimmer so dann noch jetzt im letzten 1 2 3 4 so auf die ganze länge noch mal und dann so 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 jetzt zum letzten oder na klar zum letzten 2 1 3 4 4 nicht dein ernst nicht dein ernst der vierte ja eine spieler und ein kreifer die haben nicht fallen lassen so Ich bin in den Augen gekommen, da ist ein Zombie. Da ist... Den holen wir uns nochmal. Ja, ist sehr schlau, wenn wir Erde mit einem Schwert abbauen. Jetzt haben wir kein Schwert mehr, jetzt sollten wir eigentlich nach Hause gehen. So, ziemlich schnell. Ja, das schaut schon ziemlich genial aus. Ja, und dann würde ich sagen, heute haben wir schon genug viel geschafft. Wir haben Kohle gefunden, die uns ein Treeper aufgedeckt hat. Danke, Herr Kiefer, dafür bist du gestorben. Haben wir hier alles ausgeleuchtet, wie man sieht. Haben wir hier den Anfang für eine Mini gebaut und ein Wachtturm, ein Fundament für einen Wachtturm. Ja, durch die Wolken. Und der Wachtturm ist genau in den Wolken. Das finde ich schön. Der wird hier noch ein bisschen ausgebauter, kommt quasi so ein, wie soll man sagen, noch ein kleiner Radturm nach oben, der wird beleuchtet, damit ich von überall weiß, ohne Karton, Kompass, Wolken muss. Und jetzt klicken wir nochmal ein. Fahrrad haben hier Spinnenaugen bekommen, aus denen können wir dann Tränke bauen. Also, ja, Tränke machen. Ja, also ich bedanke mich abermals fürs Zuschauen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Ciao. Bis zum nächsten Mal!